Guten Tag, herzlich willkommen zum, ich weiß nicht, sag ich heutigen Vlog. Es ist vier Tage her, dass ich das letzte Mal eine Kamera in der Hand hatte. Ich habe irgendwie Aufnahmen, aber ich habe nichts geredet. Deswegen muss ich das Ganze jetzt nachkommentieren. Okay, gut, hier waren wir Pancakes essen und sind dann einmal ganz kurz durch die Hafenstadt durch. Okay, ansonsten haben wir irgendwie an dem Tag heute nicht viel gemacht. Irgendwie waren wir nur so ein bisschen gedaddelt, ein bisschen was gespielt, aber da habe ich die Kamera aufgelassen. Jetzt am nächsten Tag bin ich von Hamburg aus über Köln nach Aachen gefahren, was im Prinzip alles ist. Andern Phase Okay, gut, das war's mit diesem Vlog. Der ist wahrscheinlich etwas kürzer, ich weiß nicht, ich habe noch nicht geschnitten, bevor ich das aufnehme. Ab morgen kommen dann wieder normale Vlogs, wie gehabt. Ich weiß noch nicht, was ich mache, aber irgendwas wird da kommen. Kleiner Funfact am Rande, die Timelapse, die ihr gerade gesehen habt, habe ich schon mal in dem Vlog verwendet, weil ich hatte keine und deswegen habe ich gedacht, die passt.